Hallo und Servus. Willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 im Story Modus. Wir waren als letztes unterwegs mit Michael. Die erste Mission haben wir gemacht mit ihm. Und heute geht es weiter wieder mit Franklin mit der nächsten Mission. Und die startet schon. Ich kann es leben. Aber du also wissen, wie die Jäuerschüte? Esper gospel. Oh, Frau. aey. Wie viel weiter? Wir sind auch noch fünf Meter. Ok. Ich weiß, ich will nur fragen. Das ist Spiritwalking. Exercize, Körper und Herz. Das ist die Rade. Wir sind Frauen und wir sind frei. Bringt einen Engelang und dassystem. Wir sind Frauen. Ihr ist eine Bene. Wir sind Frauen. 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 Ja, danke Gott, dass ich sie verrückt habe. Sie ist spiritwalkin' diese Scheiße jetzt, Mann. Das ist nur ihre Attentation zu... Hey, hey, hey! Keine Ahnung über deine Scheiße, Mann. Sie hat... Ich meine, sie cool als ein Scheiße, Mann. Komm mal. Komm, woher? Wir müssen noch ein paar Scheiße aus dem Hintergrund, Mann. Wir können und sprechen mit dem gleichen Zeit, mein Mann. Warum die Scheiße können wir nicht fahren? Around dem Block? Mit Chop? Du musst mit deinen Scheiße gehen. Wir sind okay, du süß, Läckig, sonne von einem Scheiße. Das ist Chop, den kriegen wir dann, den Hund. Das ist sowieso, lasst uns in der Linie steuern, aber dann steuern, wenn der Wind darauf ist, wenn ihr daran interessiert, wunderschön! Ich bin mal ein paar Fragen. Geh auf der Flamstelle Flamme. Sie sind okay, wir durch den Flamstelle Flamme. Geh auf der Flamme Flamme. Geh auf der Flamme. Ich und Chop haben viel in Ordnung. Du wundervollst. Man, ich bin mit beiden deiner Arten. Schau mal, was ich setze. Man, mach das, Mann. Du hast es gesehen, Tanisha? Sie ist straight. Es ist mir und du, dass nicht straight, doch, Mann. Dich, ich weiß, Mann. Aber ich habe diesen Kontakt, diesen Wettbewerb. Real serious, Mann. Dieser Mann weiß die Straßen, Mann. Ich weiß, er wird ein guter Hügel für uns. Wir brauchen keinen Hügel, fool. Ich weiß diese Straßen. Du? Ich weiß diese Straßen? Man, all you know, ist Dimebag Hustler. Kreditkarte Stehler. Boosting Gas Tankers, Mann? Komm, Mann. Du versuchen, ein fucking Kommoditie-Trader oder so? Oh, das war's, Mann. Schau, Mann, ich will nicht sterben, du fühlst mich? Aber ich will nur sterben für etwas, was wichtig ist, Mann. Das ist was die Frauen-Gäste. Das muss wirklich sein, Mann. Und ich weiß, dass das viel, dass die O.G. nicht mehr so viel über uns. Mann, mach die O.G. nicht mehr so viel über uns. Du wißt, was ich sagen? Das ist kein motherfucking Pyramid-Schema. Nein, warte, warte, hör auf deinen Mann einen Tag. Wir sehen uns, Mann, du willst ein paar Papier, Mann? Das ist das, was es geht. Schau, ich spreche mich über 40.000 Euro. Keine Probleme. Cash in Hand, zwei Tage Zeit, gar nicht mehr so viel über uns. Oh, Mann! Ich bin nichts zu töten. Nein, nur noch ein anderes Beef mit den fucking Ballern, Mann. Das ist Klass-8-8-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel-Kassel. Ich hab nur gesagt, ich war zu sagen, ich war zu schünen. Mann, du hast nichts über hier aufgehört. Warum muss es so sein? Ich bin O.G. Und O.G., so was? So the fuck what, nirg. Es ist ein Millionen O.G.? Well, shit, wie ich habe, G forgiveness, denn da ist diecke nicht für euch nochmal. Wir tun heute nicht illegal,是, wenn die Soldaten das kein animations kaufen haben. Mann, f***h du, Marc. Ich habe kein vezes mit der Kassel-Kassel. Generalilkes. Nein, niemand hat nichts brushkräftet. Mann, mach Th Zack-9 Unter Never, 12 jetzt! Oh, so was geç conditions? Chicken-Kassel-Kassel-Kassel! F***h du, locker, Mann! Mann, f***h-H фин shoe tenta. Ok, dann werden wir jetzt verfolgen. Schauen wir mal, wie schnell der Van ist. Oh, ja genau. Da liegt ein kleiner Miesgewirr und hebt so hoch. Gibt es normal gar nicht. Das ist die Spezialfunktion von Frank hier. Bei Runden fahren kann man den Blut verlangsamen, dann braucht man nicht viel Umfälle. Oh, es ist zu spät. Du wirst in Chock. Das n**** ist ein Punk, homie. Und er machte dich wie einer, auch. Ich weiß nicht, warum du denkst, das würde mich motivieren, n****? Weil es nicht. Du wirst, du wirst. Biss, duck left. Doe das s***. Go! Der nächste Mal, wir gehen nach dem Motherfucker in der Auto, all right? Mit all diesen Punk-ass-bikes. Wenn wir diesen Mann schreiten, wir schreiten ihn schreiten. Remember die Homies around the block? Man, die Homies sind lang. Ja, so wir nicht. Kops auf der Telefon, als sie den Ransom-Card gemacht haben. Try and make... Sick. Ghetto-Birds all over the place. Surveillance, mein n****. Oh s***. Das ist wie sie her angefangen waren. Man, take Chop, go get that fool. Man, you just sit no ass there with your feet kicked up. Come on Chop, come on. Go bite this ass. Get that motherfucker Chop. Get him! So, das ist der Job verfolgt den jetzt. Und... wird den jetzt... ...gefangen hoffentlich. ... ... ... ... ... ... ... Das ist quasi die Einführung, äh... Wir haben dann... ... ... ... ... ... ... ... Sie können da jetzt sogar... ... ... ... ... ... ... Das ist alles noch weh. Der Job hat da jetzt irgendwas gerochen, das heißt wir müssen da mal überall reinschauen. Ob die Person da irgendwo sich versteckt. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da kommt Chop. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ach Gott. Da ist nichts drin. 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 da müssen wir noch einschauen da kann er noch mal da drin sein wo der job jetzt davor steht und bellt da muss ich dir? da muss ich dir? da muss ich dir? ich habe einen Tart wir haben einen Tart da muss ich dir? das ist da muss ich dir? du Mann, das weiß ich mich nicht We got no beef with the C.G.F.? Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up, just get in. Yeah, that's you, nigga. Shit, I said I had no beef, man. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on, fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. Äh, in Chop, können wir dann trainieren über diese F-Root-App, was vorher gestanden ist. Die kann man sich dann am Tablet oder am Handy herunterladen. Und somit kann man den Hund dann trainieren. Dass er dann eben besser folgt. Kammern, das schauen wir nicht. You ain't gonna pick up shit. Fed's gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet, I gotta make a call. We got you, boy. You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a second. We won't vote it down. Just pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. Okay, it does work. What the fuck? Fuck you up. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we been easy on your ass. Remember that, dawg? The OGs don't hear about this. This is some bullshit. Take me down the cut. So, now we're gonna have the Lamar on top of here. And then we're gonna have this episode. What the fuck is wrong with you, nigga? I was getting this pain. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for the ballers. They gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucker gangsta. You know how I do. I can take care of my sizzle. The Lamar nimmt den Job noch mit. Also gehört der Hund noch nicht uns. Werder war bald. Somit ist diese Mission auch bestanden. Ich würd sagen, das war's wieder für diese Folge. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Serie gefällt mit dem Story-Modus, lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Ihr könnt's gerne in die Kommentare reinschreiben. Uns auf unserer Facebook-Seite besuchen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.